so da sind wir glaube ich in aufnahme nummer vier des heutigen tages jetzt bitte nicht noch einmal runterfallen das würde nämlich nervig sein das war ganz knapp okay einige werden jetzt wahrscheinlich gleich einen auf klug scheißer machen und einfach sagen sie so hättest du dich einfach schiff gehalt er gedrückt passiert dir sowas nicht leute wäre ich aber auch nicht so schnell unterwegs leute ich habe eine kugel sie da hinten versteckt sie sich die sau also ich sah mal aus wie eine eine kuh ich habe eine kuh auf meiner insel wer hätte das gedacht es gibt doch noch tiere auf meiner insel macht sie nicht süß aber irgendwie kommt wieder keine musik leute ich habe jetzt extra die musik von minecraft angemacht und es kommt einfach keine musik wieso kommt keine musik normalerweise wenn ich minecraft musik anmache dann ist es sofort anzugudeln nur heute nicht auch kuh das war doch nicht mit absicht sei mir nicht sauer bitte meine liebe kuh wieder ein paar siblings kommt spring da hoch da auch da auch dass du es da nicht hoch schaffst weiß geschafft und wieder ein paar bäume gewachsen und da ist so sind sogar ein paar giganten bäume oh mein gott das heißt mal gucken wie sieht die brücke von oben aus kann man die so stehen lassen also für den anfang weil mir fehlen halt wie gesagt noch zäune ja kann man so lassen dann kommt dann leuchtturm hin hier das wird noch runter runde kann man jetzt noch ein bisschen machen na und wieder ja Bisschen Inselform anpassen. Dann hoffen, dass es irgendwann begrünen. Ich hoffe, das hat ein bisschen genug Form. Das hätten wir auch. Oh, langsam wird die Erde ein bisschen wenig. Ob das denn reicht? Hallo, der ganze Berg neben mir ist aus Erde. Es wird ja wohl noch lang für das bisschen Insel anpassen. Hier haben wir übrigens auch noch ein bisschen Sand. Oh, Sacré bleu. Merde. Nein, ich hatte nie Französisch. Ich hasse Französisch. Auch wenn ich einen französischen Namen habe. Ja, für alle, die es noch nicht erraten haben, ich heiße Eve. Und auch nicht Öffes, denn Öffes ist kein Name. Öffes ist die Schreibweise von uns. Wir haben wieder was dazugelernt. Man lernt halt doch nie aus. So, dann haben wir hier schon wieder ein bisschen angepasst. Also für die nächste Brücke müssen wir auf jeden Fall erstmal mal ein bisschen buddeln gehen. Moku, guck mal, hier, ich baue gerade einen Weg für dich. Mö, mö, mö. So, ey, wir haben auch ein Schwein, das auch da hinten irgendwie festsitzt. Mö, mö, mö. Hmm.. Ja! Hmm.. Ja! Hmm.. Ja! Hmm.. mal gucken ob wir noch mit dem bisschen erde wo wir haben bis vor zu unserer strandhütte kommen ich bezweifle es sehr sehr stark sogar wenn ich ehrlich sagen soll denn ja guck mal an ich habe nur noch zwei blöcke und da vorne ist noch nicht unsere hütte so da noch ein bisschen, da noch ein bisschen, da noch ein bisschen opaaah Hmm... So... Hmm... Was könnte man noch hier einbauen? Irgendwie werden wir schon was da vorkommen. Ich glaube ich buddelt mich gerade ein. Ja...